In diesem Jahr hat Amerika endlich wieder einen Helden, zu dem es aufschauen kann. Sein Name? Joe Dreck. Hey Dreck, hast du was abgekriegt? Nein Mann, alles cool. Halt dich für ein Gerücht. Niemand respektiert ihn. Der landet doch immer im Dreck. Jungs, wollt ihr mir irgendwas sagen? Sprecht doch bitte in dieses Mikrofon. Testtipp! Sein Job hat keinen Glamour. Also mir macht's nichts aus, wenn ich ein paar Hot Dogs abkriege. Was geht jetzt mit den Hot Dogs? Um sein Leben zu ändern, wühlt er im Müll. Das ist ein Bild von meinen Eltern. Sind schwer zu erkennen. Hilft der anderen. Dein Hund hat ein kleines Problem. Kennst du das, wenn man mit der Zunge an der Tiefkühltruhe festklebt? Er hat, ich glaube er... Er ist festgeboren? Ja. Oh Baby. Hast du im Haus vielleicht irgendwas? Ja. Nein, au, hast du vielleicht, naja, einen Bratenwender? Okay, mein Kind. Und sucht nach seinen Wurzeln. Ich kann dir den Ausschnitt gucken. Columbia Pictures präsentiert die Story eines Herumtreibers. Verdammt. Sie ist deine Schwester, Mann, und du hast mit ihr rumgeknutscht. Das stimmt mit dir nicht, du Perversling. Ich sollte sie wie eine Schwester behandeln. Ich bin deine Schwester, ich bin deine Schwester. Die Geschichte eines Rebellen. Was ist das für ein Ding? Vielleicht sollten wir das zu dem Laden nach Los Alamos bringen. Ja, auf jeden Fall, das sollten wir tun. Aber zuerst machen wir ein kleines Feuerwerk. Mann, das hat aber mächtig gerumst. Die Legende einer Legende. Ich bin Krokodil-Profi, okay? Machen Sie das nicht zu Hause nach. Dieses Krokodil weiß ganz genau, dass er sich nicht mit Sir Joseph Dreck anlegen sollte. Du hast mir nicht zugehört. Joe Dreck. Wenn Haustiere nicht kuscheln wollen, verdammt.